Hallo und herzlich willkommen bei Bad.Gamble. Ich bin noch 3 of the Young nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Cyberpunk, alte RPG ist das Spiel. War ja gestern auch schon mal dran gewesen, das Spiel. Also mein Account muss doch da sein. Mein neuer alter oder alter neuer. Ich habe ja das Tutorial gestern durchgespielt. Meine Worte und Punkte. Alle abgeholt. Das mache ich jetzt auch gerade wieder. Die roten Punkte abholen. Abholen oder vernichten. Genau, vernichten. Und ja. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Und da ist noch ein roter Punkt. Oh. Oh. Hey. Super. 15, 16. Wie viele haben wir denn noch? Super. Und dann gehe ich mal auf den Helden und rüste die alle aus. Ach, jetzt bin ich wieder ein Tutorial dran. Okay. Level Up. Erstmal auf 5. Den auch auf 5. Jetzt den auf 5. Wenn ich das schaffe. Und den auch. Müsste ja erstmal reichen. Ich muss auf Level 10. Oder doch nicht. Ich dachte dahinten, dass damit ein einzelner WC ist. Aber es ist doch was anderes. PVP. Das ist glaube ich der schwächste. Werde ich den angreifen. Werde ich ein bisschen komisch reden. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen Zahnschmerzen. Da war ich schon beim Zahnarzt. Also Zahnschmerzen habe ich eigentlich schon seit einem Monat. Und da, seit wo ich vor einem Monat beim Zahnarzt war, da fing dann die Zahnschmerzen an. Also nachdem ich vom Zahnarzt war. Und jetzt probieren sie die ganze Zeit immer eine Wurzelbehandlung zu machen. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie die das gerne hätten. Kann man jetzt überspringen? Oh, verloren. Man kann es überspringen. Der ist schon 2.000 stark. Ich bin 65.000 stark. Hallo? Ich kann wohl, dass ich verlieren. 252.000 stark. 352.000 stark. Ok, tägliche Quest, ach genau, dann machen wir auch die tägliche Quest weiter, Goldrausch zweimal, einmal habe ich schon, dann kaufe ich mir einmal, zack, fertig. Proxy Rekruzierung, wird gemacht, ok, oh, warte mal, ich darf ja gar keinen Sound hier drin haben, ich hoffe, das war noch früh genug, ok, das war die nächste Quest, eine silberne Rekrutierung, ist das die hier, ok Bestätigen, Ziel zweimal in einer Spielhalle, geht deshalb 24, ok, schnelle Suche einmal Kampf Super, war das jetzt die schnelle Suche oder nicht, ich glaube nicht Ne, ich komme mal auf die Charaktere, ich muss jetzt lieber noch aufwerten Ok, haben wir das auch schon mal, also das GTA 24, schnelle Suche noch einmal, hm, wo ist das? Das ist die schnelle Suche, das ist das hier, oder das? Ach, das müsste ich auch schon man Ne, war das auch nicht, dann schauen wir erstmal weiter. Bau einmal hinein, schicken ihn ab, ab Level 20, dann tritt zweimal in ein Fitnessstudio an, ab Level 25, schließt seinen Kopfgeld, Aufgabe zweimal ab, ab Level 22, Auslösung einmal zerlegen, so das geht. Soll ich was hergestellt? Sollte ich es nicht zerlegen? Äh, ja, zerlegen, nochmal. Ne, ah, da ist zerlegen. Zerlegen. Okay. Einmal Blume senden. Freund, suche. Hm, ich habe keine Freunde. Also, weiter geht's. Nehmen wir dreimal in ein automativer Arenateil. Ab Level 100. Gut, dann kann ich eigentlich gar nichts mehr machen. Leider. Geht nicht, geht nicht. Ach, ach so, die Suche. Ah, was ist denn die Suche hier? Ich suche doch schon. Dann spiele ich schnell mal das Kapitel 2 hier durch. Vielleicht finde ich die Suche dann. Weiter. Geht nicht. Hm. Wo comprehensive ist die Suche. Ist das die Suche? Ach hier, da. ich hab's gefunden. Musste ich erstmal hier freispielen. Fertig. So. Bestätigen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Blume schenken, hab keine Freunde, geht nicht. Und, geht auch nicht. Alter, blinkt immer noch hier. Ja, was muss da noch hier sein? Ach ne, nicht mehr. Nachricht. Fragmente. Ok. Drücken wir an. Ok. Jo. Das war's dann erstmal für heute, würde ich sagen. Kleine Runde. Dann will ich jetzt das Ticket drüber hin und sage schonmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal wieder dabei seid. Falscher Knopf. Bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.